Hallo, ich darf meine Erfahrungen mit Markus und mit Instant Change einmal preisgeben. Du siehst, mir stehen die Haare Kopf und das Grünzen ist über alle Maße vorhanden. Das war früher schon so, ja, dass ich viel gelacht und viel gegrinst habe, aber seit Instant Change ist es nun wirklich so, dass der Knoten durchbrochen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Markus hat mir irgendwann gesagt, ich habe da was kennengelernt, das möchte ich dir auch zukommen lassen. Und damit begann eine Reise, die wirklich Wahnsinn war. Der Satz, wie willst du es haben, war so spannend für mich, dass ich gedacht habe, wie will ich es haben, was will ich wie haben. Und er so, egal, schreib es einfach mal auf, was du willst. Und das habe ich im wahrsten Sinne des Wortes zur Einladung genommen, im Punto Großträumen. Das ging sonst nie. Und jetzt plötzlich war es wie, der Brunnen pumpt was hoch, das Wasser, und lässt es wieder runterplätschern. Und es floss einfach. Und genau das hat er mit mir gemacht. Und seitdem hat sich so, 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 so viel verändert, dass es jeden Cent wert ist. Egal, ob du jetzt nun eine Sitzung, mehrere Sitzungen, egal, was du machen möchtest, aber tu es. Das kann ich einfach nur von Herzen, ich habe nur eine Hand frei, aber von Herzen einmal weitergeben als Empfehlung. Und ich empfehle nie irgendjemanden einfach so, sondern nur, wenn ich wirklich von Herzen davon überzeugt und begeistert bin. Von daher, geh los und lass dir helfen im Sinne von, ja, lass dich angucken. Vielleicht ist ja alles gut bei dir, dann ist es natürlich perfekt, aber wenn du denkst, so, irgendwas hält mich auf, dann geh zu Markus, lass dir die Unterstützung zukommen, die dein Leben vollkommen bzw. noch ein bisschen glücklicher macht. In diesem Sinne, alles Gute für dich. Von Herzen. Tschüss. Tschüss.